aus stein machen dann schaut es wenigstens nach einem soliden fundament aus so was wollte ich als eigentlich macht wenn ich hab das die umwandlung mal machen oben auch noch die umwandlung schnell fertig ja ich denke das kann man so lassen wird es schon wieder bei wahnsinn es wird schon wieder dunkel das ist so krass wie schnell naja also ich glaube da muss ich mal da muss ich mal irgendwo hier ein ding ein bauhaus anrufen und mich beschweren würde es geht ja nicht so was ich auch immer ganz gern habe wenn wir schon dabei sind so ich mag das wenn es wenn der balkon oder eine terrasse oder sowas mit mit dem glas scheiden abgesichert ist ich finde es schaut ganz cool aus vor allem war vor allem wenn wir noch rahmenlos sind ach ja das ist warte mal machen wir uns gleich ein paar neue über die brauchen wir sowieso ach geil genau fünf stück ach wie fett ist das ich glaube ich mache den aus 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 steinziegeln steinziegeln stufen ja ich glaube das werde ich so machen das werde ich so machen ihr wisst ja bescheid diese psychopath mit ab mich lieb jacke und so ok ja irgendeine lösung ich weiß noch nicht wie wie ich den balkon der kunzeige terrasse gestalten soll soll ich die komplett umranden oder soll es machen wie hier dass der praktisch nur gestützt wird oder keine ahnung naja mal gucken so oder und dann hier auch so schaut das noch was aus die restlichen gleich aus dem ofen holen können so wow ist die fertig noch so machen jetzt ist das ding alles fertig oh cool ist alles fertig schön und der rest ist noch nicht alles fertig die habe ich erst kürzlich das habe ich auch in der zwischenzeit gemacht geerntet und wieder die die lohnende steinchen bestimmt irgendwann wieder gebrauchen die millionen samen so was ein glück dass wir die dass wir die ach schön freut mich dass wir die haben so und rote bete ist hier kam ach so warte mal die seite hier oben stimmt ja nicht auch im gedämpfer doch noch nicht ganz fertig naja egal das bin ich mir gerade am überlegen warte mal hm 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 ich glaube das werde ich auch ändern ja ich glaube das werde ich ändern hm das ist die frage nur wie aber warte mal als allererstes möchte ich ah ja ja es ist eine ziemlich luftige angelegenheit ne die sind einfach noch fertig ok dann muss ich mir was anderes in der zwischenzeit einfallen lassen ähm ja das ist halt jetzt echt die frage soll ich das hier geschlossen machen oder ich weiß andererseits könnten wir halt diese fläche hier gell wenn es hier alles umrandet ist dann könnten wir das halt als ähm kellererweiterung nutzen das wäre halt auch nicht schlecht gell hm ich glaube ich glaube ich mache das jetzt einfach nur dazu ja 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 das ganze so zu gestalten dass ich die videos anschließend perfekt schneiden kann damit ich irgendwie was rausnehmen musste dass er das von der engel her passt so also wir haben ja wir würden das so machen und die würden dann wieder so machen sehr sehr leid das kann ich nehmen dann sind wir fertig ich dachte mit nichts dass wir das vielleicht so machen können dass es einfach ein bisschen dicker massiver und stabiler aussieht das soll ja nicht ausschauen wie bei armen leuten das soll ja nicht ausschauen wie bei armen leuten so oder 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 dann mal vielleicht vielleicht dann noch ähm sowieso so so eine umwandlung oder ja oder kann man doch lassen sortieren drüben machen na na das lassen jetzt so so kann man das dann lassen würde ich jetzt mal behaupten man hier praktisch auch so ein ja einfach so ein bereich unter unter dem balkon so machen wir das hier auch gleich mal fertig oh ja das wird auch wie vielleicht ganz vergessen das wird ja wenn ich das jetzt hier schließe dann wird das ja wie soll ich sagen so ein Plätzchen zum spawnen von bösen kreativen normalerweise müsste ich es ausleuchten aber egal das lasse ich jetzt einfach mal ups warum vergesse ich troffel eigentlich jedes mal mir ins heim und zu setzen naja egal ja wird es eh ein bisschen zeit kann ich ein bisschen was weißen ist schon dunkel hier naja naja so und jetzt wollte ich ah ja genau ich wollte nämlich Stein, Ziegel, Treppen, Stufen, Dingens machen ja 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 ach ich habe vergessen in der Zwischenzeit könnte ich ja eigentlich wieder zwei Stacks zum Braten reinstecken so natürlich in den Ofen ist ja klar so ich will nicht zu viele machen ich weiß nicht wie viele ich brauche wir müssen jetzt zwölf Stück machen wir mal sechzehn Stück ups vielleicht reicht es ja vielleicht auch nicht ich weiß es nicht das stellt sich jetzt nicht gleich raus so so also die Frage soll ich das massiv machen also ach ich weiß doch auch nicht ich weiß doch nicht hm ja wir brauchen definitiv noch äh hallo der nennt mich das nicht irgendwie was auch nicht total kümmern so und alle drei Dinger die wir brauchen tja weil wenn ich jetzt die Frage wie wir das nützen wollen vielleicht vielleicht ach komm ein bisschen so und so so jetzt habe ich halt eben das Problem dass wir das nicht allein hier empfehlen ja ja aber wir haben jetzt mal unseren Krattenabgang sehr schön direkt zu unserem kleinen 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 ach das freut mich ehrlich das ist für mich von so so warte mal das ist nicht so 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 ja schaut das nachher was aus gut also gut also gut also gut also gut wir haben warte mal machen wir das nämlich auch so genau da wollen wir ja nicht pfuschen dann so und es wird schon wieder dunkel auch schön da muss ich dann eben noch und so hm hm ist jetzt die Frage wie das aussieht Osti kann man das so lassen ah es hat sogar eine Mitte das ist gut ja irgendwas irgendwas werden wir uns da schon einfallen lassen das ist jetzt nicht äh ist ja nichts endgültiges ich habe da auch schon eine Idee ach ja schön ich habe da wirklich eine Idee cool so ok 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 ja ich höre böse Kreaturen das ist nicht so schön ähm stimmt eigentlich was wir in der Zwischenzeit einfach mal machen könnten damit wir auch ein bisschen mehr Holz wieder ähm verarbeiten können warte mal raus und das Leder da ist Leder haben wir ach geil warte mal 64 64 reicht das und da hätten wir auch noch warte mal damit wir das Sicherheitshabe auch noch nichts soll ich das hier liegen lassen mit hier das ist die die und die 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 Dann kann man nämlich die Blätter mitnehmen. Ah, wir haben schon sechs Bücher, das ist ja praktisch. Also von der Anzahl sechs Stück Bücher und nicht hier, ja, ich habe es gesagt. So, warte mal, wie war denn das gleich noch? Ne, warte mal, es war andersrum, oder? Ja, genau, es war andersrum. 21, 21, 39, ja, kacke, 39 Bücher, ah, bloß, haha, nice, gut. Ähm, hm, ja, wie geht der Platz, aber jetzt, warte mal, da muss ich das Leder, das kriege ich jetzt zurück, das kriege ich auch zurück, so, und dann machen wir nochmal, mal, warte mal, 64, 64, 64, 64, nur drei Stück, oh ja, da brauchen wir, ja, warte mal, da machen wir alles. So, dann machen wir noch den hier. So, bam, das ist ein bisschen viel Holz, aber egal, das brauchen wir sowieso irgendwann bestimmt. Wahrscheinlich flackt es die nächsten 30.000 Jahre, aber egal. Gut, das können wir auch wieder zurück, jetzt haben wir, ach, wie geile sind das, der Tag, auf dem ich so lange gewartet habe, ihr wahrscheinlich auch. So, warte mal, 15 Stück braucht man eigentlich, gell, 15 Stück und dann können wir, warte mal, wenn wir jetzt zum Beispiel das Schwert drauflegen, können wir, ach ja, Level 30, gut. Jetzt brauchen wir nur, äh, Erfahrungsstufe 30. Nice. Sehr, sehr cool. Und, wie gesagt, über dieses 3x3 Feld, da haue ich dann ein, äh, Dachfenster rein und dann, ach schön, ach schön, sehr, sehr cool. Haben wir eigentlich, ähm, weil ich gerade diese, äh, Holzablagefläche gesehen habe, haben wir eigentlich, ähm, wie heißt es ein Blüm? Hm, schaut schlecht aus. So weit, ne, technisch, warte mal, dann geht es, ähm, da wieder ein Platz mehr. Hm, wir haben keinen Lehm. Dann, warte mal, dann gehen wir mal schnell schlafen. Können wir vielleicht in der Zwischenzeit, während die Steine da vor sich hin putzen, ein bisschen Lehm suchen. Hm, weil ich würde ganz gerne ein paar Blumentöpflees machen. Mö. Ist das jetzt eine Frage? Wie wir den finden, den wir haben? Hm. Ich muss nur mal aufpassen, dass uns die Luft nicht ausgeht, weil, ähm, ja, da bin ich, ach ja, ihr wisst ja. Hm, kein Lehm. Okay, vielleicht gibt es hier Lehm irgendwo. Okay, das ist jetzt ein bisschen lassen. Lehm? Hallo. Ah, hier. Cool. Ach ja, dieses Drama. Ja, das, äh, da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich davon gezeichnet, das ist, ähm. Aber hier gibt's, hier gibt's, äh, angenehm viel Lehm, muss ich gerade sagen. Ist ja cool. Cool. Sehr schön. Hey, da, da spielt wieder Musik. Wie geil. Wenn man im Wasser ist oder unter Wasser, dann spielt Musik, also andere Musik. Wie cool ist das? Gibt's hier noch mehr Lehm? Wie geil, andere Musik, ich feier's grad. Cool. Yep. Wie geil. upstairs im Sinnen.